WLAN, USB-Sticks, Power-PCs. 1985 hat die Welt in der ÖNB noch anders ausgesehen. Die IT war erst in ihren Anfängen. 35 PCs des Modelltyps Victor 9000 waren im Einsatz. Handisch geführte Listen und Rechnungen waren an der Tagesordnung. Über 30 Jahre später sieht die Realität völlig anders aus. 1070 PCs und 640 Notebooks bilden die Basis für effektives Arbeiten. Sicherheit in der IT ist für eine Notenbank das oberste Gebot. Jede Österreicherin und jeder Österreicher muss sich sicher sein können, dass seine Überweisung schnell und sicher funktioniert. Dafür sorgen wir täglich in der IT. Aber nicht nur im elektronischen Zahlungsverkehr ist die IT heute unersetzbar, sondern auch bei der Versorgung mit Bargeld. Die Ausgabe von Geld an Banken und Bankomaten wird durch die IT der ÖNB gewährleistet. Unsere IT sichert Österreichs Zahlungsverkehr und versorgt die Bürgerinnen und Bürger mit Geld.